Hallo zusammen, mich ist wieder Deutscher und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Rätselmount, das wir uns hier im Schlund erspielen können. Und dazu habe ich schon ein bisschen Mühe auf mich genommen und mir das erspielt. Es geht hier um den gebundenen Schemenhund und wie wir uns den holen können, will ich euch gleich zeigen. Zuvor schauen wir uns noch an, was es an Mounts gibt, mit denen man sich hier im Schlund fortbewegen kann. Es sind im Moment mit Patch 9.05 insgesamt drei Mounts und zwar sind es alles drei Hunde im selben Model, aber mit einer anderen Farbgestaltung. Das Mount, was wir uns heute spielen wollen, den gebundenen Schemenhund, der ist so ein bisschen hellweiß gehalten. Den müssen wir uns erfarmen. Das kann schon zwei, drei Stunden dauern, wenn man alles zusammenzählt. Man kann es sich aber nebenbei, wenn man eben im Schlund ist, quasi zusammenfarmen. Dann haben wir den seelengebundenen Seelenjäger. Der droppt von einem Rare Event, das alle zwei Wochen hier im Schlund aktiviert ist. Da hatte ich euch ja auch schon in einem Video gezeigt, wie das genau funktioniert. Und den letzten im Bunden, der Korridorkriecher, hier ein bisschen entschwärzlich gehalten. Den bekommen wir, wenn wir die gewundenen Korridore auf Ebene 8 abgeschlossen haben. Habe ich euch auch in einem extra Video schon mal ein bisschen ausführlicher gezeigt. Das sind soweit die drei Mounts. Jetzt geht es um den gebundenen Schemenhund. Als allererstes, wenn wir uns das Mount hier erfarmen wollen, solltet ihr bei der netten Dame Venari das ein oder andere Mal vorbeigeschaut haben. Denn wir müssen sie auf die maximale Rufstufe hochbringen. Und das ist in dem Fall bei ihr wertschätzend, müsste das sein. Genau, hier wertschätzend. Und sobald ihr sie auf wertschätzend habt, könnt ihr euch mehrere Items kaufen. Und eins von denen ist relativ wichtig, und zwar hier der Stigia Tensor. Mittels diesem Stigia Tensor können wir nämlich bestimmte Sachen abbauen. Wir müssen uns das Ding kaufen für 1500 Stigia. Heißt, ein bisschen was solltet ihr an Stigia zur Verfügung haben. Und dann macht noch ein zweites Item Sinn, das ihr euch vorher schon kaufen konntet. Also vor Patch 9.0.5, die belebten Levitationskette heißt das. Und zwar ist das ein Item, wo man sich dann quasi an so Hakenpunkten hochhaken kann. Kennt man vielleicht auch schon aus dem Sturmgipfel oder aus anderen Gebieten. Übrigens, wenn ihr das hier nicht in der Liste findet, habt ihr es wahrscheinlich schon gekauft. Bei Venaris ist es immer ein bisschen blöd, wenn man ein Item gekauft hat. Dann wird es nicht mehr angezeigt. Aber ihr kauft es einmal und habt es quasi gelernt. Den Stigia Tensor, den habt ihr dann einfach im Inventar. Sprich, den braucht ihr auch nur einmal euch holen. Dann schauen wir uns mal an, was wir mit den beiden Items anfangen können. Sobald wir den Stigia Tensor im Inventar haben, können wir hier im ganzen Schlund an mehr oder minder versteckten Positionen Sachen sehen. Und zwar Stigia Nexus schimpft sich das. Das sehen wir hier auch auf der Map, wie Kräuter oder Bergbau-Nodes. Das müsst ihr auch nicht an der Map irgendwie anschalten, sobald ihr das Inventar habt, seht ihr das automatisch. So, und das sind nämlich, wie ihr hier oben seht, so grüne Orbs. Und die können wir mit diesem Stigia Tensor abbauen. Jetzt liegen die relativ oft an Stellen, wo man ziemlich bescheiden rankommt. Und deswegen habe ich ja euch noch das andere Item genannt, diese Levitationsketten. Und das sind die Items, wo man einfach hier draufklicken kann. Wenn man nicht gerade im Combat ist, dann castet man kurz so einen Greifhaken. Cripple hockt sich da so hoch. Und tada, jetzt sind wir oben und können das Ding abbauen. Um es abzubauen, drückt ihr einfach das Item und dann casten wir hier. Und ihr seht, wir bekommen Sachen. Wir bekommen erstmal Stigia 1, 2, das ist nicht sonderlich viel. Aber wir bekommen auch noch andere Items. Und zwar bekommen wir Stigia Staub. Und das zweite Item, was wir noch bekommen, sind Stigia Sparen. Das ist immer random. Ich habe jetzt gerade hier relativ wenig bekommen, nur ein einziges Teil tatsächlich. Ab und an bekommt man da auch wesentlich mehr. Die sind nicht immer an Positionen, wo ihr quasi so einen Grippling Hook braucht, sondern ihr findet die auch manchmal hier unten. Da können wir es jetzt zum Beispiel auch nochmal einsetzen. Und ihr seht, hier haben wir jetzt das zweite Item bekommen. Selbst wenn wir Schaden kriegen, bauen wir das tatsächlich weiter ab. Also das ist alles kein Problem. Es ist aber zu raten, dass ihr das Auge nicht hochballert und dass ihr vorher vielleicht die Mobs wegmacht. Wenn ihr da weggefiert werdet oder irgendwas anderes, dann kann es doch so laufen, dass ihr quasi das Zeug nicht weiter abbauen könnt. Gut. Jetzt ist es quasi unser Ziel, durch den Schlund zu laufen und uns diese Materialien zu holen. Wir brauchen von beiden Materialien insgesamt 200. Bei mir war es so, am Anfang habe ich von dem einen ein bisschen mehr als das von dem anderen gekriegt, aber am Ende ging es glaube ich um ein oder zwei Dinge relativ genau auf. Also das gleicht sich nacheinander aus. Man bekommt immer zwischen ein und fünf Items pro einmal absaugen. So im Schnitt so drei Items würde ich jetzt mal sagen, je nachdem wie viel Glück man hat mit den Orbs. Und die sind aber halbwegs selten. Die besten Spots, was ich gesehen habe, sind hier unten, wo ich gerade bin. Da sind nämlich sehr viele so Ketten, wo man sich hier oben raufhucken muss. Und da sind relativ oft welche. Ich habe gerade gesehen, hier waren auch zwei beieinander. Und es gibt hier auch relativ viele zu Hackenteile, wo dann oben die Dinger spawnen können. Nichtsdestotrotz befinden sich die auch im kompletten Schlund. Also ihr könnt die auch hier überall farmen. Ich persönlich fand eigentlich hier rumzulaufen und hier am besten, weil das sind die zwei schweren Gebiete, da hat nicht jeder Zugang zu. Und dementsprechend sind die am wenigsten befarmt. Hier hinten sind sehr viele Leute immer und oft sind die Orbs dann tatsächlich weg. Hier oben bei der Festung, wo wir später dann auch noch mal ein paar Sachen machen werden, geht es auch ganz gut. Aber hier fand ich es tatsächlich am besten. Ich bin meistens immer so eine kleine Komplettrunde durch den ganzen Schlund gelaufen. Habe aber tatsächlich hier meistens relativ gut was gefunden und im restlichen Schlund eher weniger. Gut, also unser erstes Ziel ist, jetzt 200 von den Dingern zu bekommen. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir, was wir danach machen. Als nächstes müssen wir nun in die Verdammnisfestung. Und hier müssen wir dann, ja, etwa auf den Koordinaten 23, 67 vor diesem großen Tor uns so langsam hochkrippelhucken. Und zwar gehen wir hier den ersten Krippelhawk über das Tor hoch. Dann müssen wir ein bisschen hier hinterlaufen und die Brücke hier entlang. Und dann haben wir da oben noch mal einen Haken, den wir einmal anklicken müssen. Und dann sind wir ja auf so einer Plattform oben. Und auf dieser Plattform da oben ist dann so ein grüner Nebel. Und diesen grünen Nebel, den brauchen wir nämlich, weil wir hier, wie ihr sehen könnt, dann unser, ja, so einen Spezialbutton kriegen. Aber nur wenn wir das Item im Inventar haben, also sprich, was wir uns vorhin schon gekauft haben, Stigia Tensor, und sobald wir den Spezialbutton gedrückt haben, haben wir hier so Runen oben. Und wir haben eine Kiste in der Mitte mit auch Runen. Und jetzt müssen wir einmal diese Runen in eine richtige Reihenfolge bringen. Heißt, wir schauen uns einmal an, was für Runen oben an den Spitzen sind und was wir dementsprechend für Runen über der Kiste haben. Wir können nämlich mit den Runen über der Kiste interagieren und sie, ja, einfach eins anklicken und dann noch eins anklicken und die miteinander tauschen. So funktioniert das im Endeffekt. Achtung, ihr habt hier nur begrenzt Versuche. Und wenn ihr eure Versuche aufgebraucht habt, also es verkackt habt, dann kriegt ihr einen Debuff und ihr könnt es zwei Stunden lang nicht machen. Heißt, wenn ihr da nicht aufpasst, dann müsst ihr halt ein bisschen warten oder es halt am nächsten Tag wieder machen. Sonst ist es eigentlich relativ einfach. Wie müsst ihr drauf gucken? Ihr seid ja am Anfang mit diesem Cripple Hook quasi hochgekommen und ihr schaut dann auf die Kiste. Und ich zeige euch hier mal so ein kleines Bild. Los geht es quasi mit eins auf der linken Seite von dem Punkt, wo ich hochgehuckt habe und dann einmal außenrum. Und so ist dann dementsprechend die Reihenfolge auch von der Kiste von links nach rechts. Sobald ihr dann das Ganze in eine richtige Reihenfolge gebracht habt, geht die Kiste auf und ihr könnt dann ein Item looten. Und zwar die zerbröckelte Stähle. Die kriegt ihr dann automatisch, sobald ihr die Kiste aufgemacht habt. Und jetzt geht es einmal zurück zu Venari. Denn sobald wir die zerbröckelte Stähle im Inventar haben, können wir bei Venari ein neues Item kaufen. Und das schimpft sich unvollständiger Runenkodex. Und ja, das kostet wieder Stigia. Wir müssen wieder 2000 Stigia ausgeben, um uns das kaufen zu können. Und jetzt müssen wir als nächsten Step quasi diesen unvollständigen Runenkodex zu einem vollständigen Runenkodex umwandeln und ein paar Seiten holen. Und zwar schimpfen sich die Seiten Runenkodex Seite 1, Runenkodex Seite 2 und Runenkodex Seite 3. Welche Reihenfolge ihr die holt, ist vollkommen egal. Ich habe hier als allererstes die Runenkodex Seite 3 geholt. Die ist bei den Koordinaten 25, 13 und ist da oben beim Tremakalum oder wie das sich auch immer schimpft. Einfach dann hier hinten anklicken, looten und ihr habt es eingetütet. Als nächstes gucken wir uns dann die Seite 1 an. Die ist bei den Koordinaten 49, 85. Da müsst ihr dann einfach einmal hier in die Höhle rein. Und ja, in der Höhle sind relativ viele Mobs. Ihr müsst dann nach links hinten und dort liegt dann einfach auch wieder die Seite. Die einfach anklicken und damit haben wir dann auch die Seite 1 eingetütet. Und die letzte Seite, die ist dann wieder in der Verdammnisfestung, wieder ganz da hinten rein, wo wir vorher schon waren, bei den Koordinaten 27, 72. Da steht dann auch immer so ein Rare Mob mit dran. Ihr seht hier auf dieser kleinen Brücke hinten. Und die können wir dann auch einfach looten, eintüten. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich den Rare nicht getriggert habe. Also das ist relativ entspannt tatsächlich. Also hier seht ihr es. Da haben wir auch zum Beispiel nochmal so eine Orb. Wenn ihr da noch was braucht, könnt ihr es mitnehmen. Hier und dann haben wir alle drei Seiten. Und sobald wir die drei Seiten zusammen haben, können wir die alle in den Dings reinpacken, hier in den Runenkodex. Indem ihr sie einfach anklickt, dann werden sie reingepackt. Und sobald alle drei drin sind, dann ist das Ding quasi ein neues Item. Und dann haben wir nämlich hier einen intakten Runenkodex. Und den brauchen wir jetzt für die nächsten Steps. Sobald wir den intakten Runenkodex haben, können wir nämlich die zerbröckelte Stähle hier anklicken, wie ihr seht. Und jetzt haben wir eine Runenkombi, die ihr hier unten seht. Also drei blaue Runen und eine gelbge Markte. Und diese Reihenfolge an Runen, die brauchen wir später noch im weiteren Verlauf, um das Mount zu kriegen. Und am besten macht ihr da jetzt einen Screenshot drauf, speichert ihn irgendwo ab, den ihr nebenbei am Ende dann offen haben könnt. Denn die Reihenfolge wird dann relevant, um schlussendlich das Mount zu zähmen. Als nächstes müssen wir dann einen Rare Mob ausmachen. Und zwar schimpft sich der Seelenschmied Rufus. Der ist hier oben bei den Koordinaten 27, 42. Der hat eine relativ lange Respawn-Zeit. Also es kann schon sein, dass ihr etwa eine Stunde warten müsst, bis er respawnt. Oder ihr habt Glück und er steht zufällig da und ihr könnt ihn einfach umhauen. Wenn ihr ihn tötet und die Steps davor absolviert habt, dann bekommt er von ihm ein Item. Und zwar ein episches Werkzeug des Seelenschmieds. Das droppt dann zu 100%. Und mit diesem Item müssen wir jetzt lostigern und dementsprechend zu einer Schmiede. Vorher solltet ihr natürlich die 200 von den Stiegea Staub und Stiegea Spahn gefarmt haben. Jetzt ist es so, dass wir wieder zurück sind, oben bei der Verdammungsfestung, wo wir vorher schon waren. Und müssen uns hier wieder ein bisschen hochgrippelhucken. Diesmal sind wir nicht nur auf dieser mittleren Ebene, sondern wir müssen in die ganz obere Ebene. Da könnt ihr euch hier, wie ich jetzt gerade, mit diesem Haken einmal komplett nach oben hooken. Oder es gibt auch ein Port-Item, wo ihr hier auf die Ebene, wo ich jetzt gerade bin, so hochkommt. Aber wie gesagt, ihr könnt auch den Haken benutzen, deswegen gehe ich jetzt auf das Port-Item nicht ein. Hier dann noch eine Station weiter oben ist die Schmiede. Und jetzt ist es erstmal so, dass wir jeweils 10 Spahn und 10 Staub brauchen, um dann dementsprechend so Barren zu craften. Deswegen brauchen wir 200 von jedem, dass wir halt insgesamt die 20 Barren zusammen haben. Mit dem Item, was wir von dem Rare bekommen haben, also diesem Hammer, können wir dann zusammen ein Item craften. Gepanzerte Hülle schimpft sich das. Und jetzt haben wir die gepanzerte Hülle im Inventar liegen und wir können einmal weiter tigern zum nächsten Step. Für den nächsten Step brauchen wir eine bereitwillige Wolfsseele. Und diese findet hier in diesem Seelenstrom. Heißt, ihr müsst jetzt hier zu dem Seelenstrom und da ein bisschen auf- und ablaufen und dabei ein bisschen Ausschau halten. Hier läuft dann so ein Wolf quasi hoch und runter. Der ist so ein bisschen astralmäßig. Ist eine Seele, obviers. Ist ja ein bisschen astralmäßig. Und sieht etwa so aus wie ein Geisterwolf. Von einem Schami so in die Richtung. Da ein bisschen Ausschau halten. Einfach hoch und runter laufen. Ich bin, glaube ich, zwei, dreimal hoch und runter gelaufen. Und dann konnte ich ihn hier einfach finden. Einmal anklicken. Und sobald ihr ihn einmal angeklickt habt, kriegt ihr ein Item. Da schimpft sich bereitwillige Wolfsseele. Und dann können wir, wenn wir die bereitwillige Wolfsseele haben und die gepanzerte Hülle, ein Ritual beginnen. Müssen wir jetzt zum Bindungsaltar. Der ist hier unten in der Nähe von Venaris Zuflucht bei den Koordinaten 45, 48. Und hier müsst ihr erstmal noch ein paar Mobs weghauen. Ihr könnt, wie ich, das Stiege mitnehmen. Und dann könnt ihr dementsprechend hier einmal auf den Bindungsaltar klicken. Denn der braucht euch dann eure beiden Items auf, die ihr gerade besorgt habt. Und dann kriegt ihr eine Quest, wo es dann auch schon das Mount gibt. Und ihr bekommt ein Quest-Item. Mittels des Quest-Items können wir auf den Hund aufsteigen. Und jetzt müssen wir ihn zähmen. Und das machen wir, indem wir die Runen in der richtigen Reihenfolge klicken. Und ich hoffe, ihr habt euch ein Screenshot gemacht von eurer Kombi, beziehungsweise euch die gemerkt. Denn genau diese Kombi braucht ihr. Und wenn ihr die Kombi richtig gedrückt habt, dann habt ihr die Quest erfolgreich abgeschlossen. Könnt euch einmal das Ganze abgeben und bekommt dann hier das Mount. Und ich würde jetzt sagen, wir schauen uns das Ganze einmal an. Und zwar haben wir jetzt hier das Mount-gebundene Schemenhund. Den lernen wir jetzt hier an der Stelle einmal. Und dann können wir auch direkt einmal aufsitzen. Da ist das schicke Mount. Und das ist halt jetzt der so ein bisschen in hellweiß gehaltene. Ja, ist auf jeden Fall ein schickes Reit hier. Und ich würde sagen, Mount-Special auch nochmal hier einmal zum Abschluss. So eine kleine Randinformation. Man behält ein paar Items hier im Inventar. Ich habe irgendwie die Wolfsseele zweimal bekommen. Die würde ich jetzt einfach löschen. Ich denke nicht, dass man die irgendwo braucht. Dann haben wir die zerbröckelte Stähle. Die brauchen wir eigentlich auch nicht. Und den Rudenkodex können wir auch weghauen. Beziehungsweise, wenn ihr noch diese Sparen über habt, haut die mal weg. Ich werde mir persönlich den Stigia-Tensor mal auf die Bank packen. Ich vermute aber nicht, dass man das Ganze nochmal für irgendwas anderes brauchen wird. Gut. Und damit sind wir am Ende von dem kleinen Video-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne in meiner Playlist vorbeischauen mit noch einigen mehr Mount-Guides. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.